Hey Vom Magier war zum Beispiel besser Was machst du denn? Ich schlag mit meinem Speer so so ein Rundumschlag quasi Ah ok Ja ich mach irgendwie so ein Flechtdruck so Nuff Dann guck hier ist wieder so Nuff Zeig mal Guck warte warte Jetzt Das ist mein Achso meine kann ich gar nicht zeigen Ich bin eigentlich auch nur in der Luft und entziehe dem Leben Und wenn du jetzt zum Beispiel einen betäubten Gegner angreifst Dann würdest du dem auch Leben entziehen Ja Kriegst ja Gesundheit hinzu noch und alles Hier ist noch einer Cool ist das diesmal Aber die können ja nichts machen Vom letzten Mal die waren besser eigentlich Ja da waren sie auch Stufe 11 Wahrscheinlich sind das voll die Nutztiere die voll wichtig für das Dorf sind Naja und wir bringen die alle Wo ist er einfach Die sehen so hässlich aus Die Docks von Balfoyen entdeckt Ah ich glaube hier bin ich falsch Produzieren bestimmt Nougat Bills Nougat Bills Was Duare 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 HALLELUJA HALLELUJA Heiho Das schaffe ich? Ja Quartiermeisterin Liene Volk weiter dem Fluss Ich habe ein paar Jahre geraucht und ein paar Jahre rusche hinter mir Alles wird hier schön zugeteilt Plünderer im Balfoyen Hält das Sonne Päsche und warnt die Wacht Ihr seid von der Sonne gesegnet Mitten davon zu berechten Habt ihr schon von Nouganer in der Feste gesprochen? Schon mit, nicht von? Bei mir regnet es die ganze Zeit. Bitte. Aber heute kann ich euch helfen, da hin zu gelangen. Folgt mir, Sonne auf meinen Schuppen. Hast du schon mal was Shampoo gehört? Dann gehen all die Schuppen weg. Eigentlich ist es ja ein Lagertunnel. Aber heute ist er ein Geheimnis gegenüber dem Bündnis. Renn schneller, Lee, nehmen. Lein ihm? Lein ihm? Die nehmen? Die nehmen? Ich nenne dich Leine. Los, Leine! Der Bauschen ist nicht weit entfernt. Da wartet er auch schon. Los geht's! Ich finde die Bilder, so ein Ladisqueenbilder, finde ich ganz hübsch. Ja, ne? Wahnsinnig angucken. Muss man aber nicht. Muss man aber definitiv nicht. Hallo! Wow! Klettern heißt nach oben gucken. Ja, reicht doch. Warum habe ich so ein Speedboost? Alter, what the fuck? Oh, der ist ganz cool, ne? Habe ich den von dir? Nö. Wohl, ich habe mich den plötzlich. Mein Abgang. Ich glaube, da hat jemand einfach mal Sam Pfeilhager eingesetzt. So, ich muss ja das Feuer entzünden. Oh, es sind zwei. Ah ja, ich habe rotes Feuer und das... Okay. Okay. Ich habe die andere Seite gemacht. Cool. Cool, Teamwork. Ausnahmsweise mal. Das ist sowas bei uns gibt. Hey, hey, hey. Ups. Die ist wieder hier. Die ist jetzt runtergefallen. Bei mir auch. Ah! Geh drauf. Geh drauf. Stimmt, ich hatte ja noch ein bisschen mehr Metall hier Neues. Ähm, ähm, ähm. Ich hatte doch hier einen Eisengürtel. Jo, man. Geht. Doch, hinter vor. Ich komme gar nicht hinterher. Was hier passiert. Ich kann mich nicht zu dir teleportieren. Warum nicht? Das ist nicht dein Leid. Ah. Oh. Obwohl, Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, ob endlich mal das Update raus ist, wo du mit dem Buggy fangen kannst. Dann würde es sich vielleicht nochmal lohnen. Da ist ein Update draußen. Es gibt auch jetzt mittlerweile Crossbow und so einen Scheiß. Aber wie gesagt, dazu müsste man sich erst wieder... Ja, bei der Xbox halt auf England stellen oder America oder whatever. Hätte man das überhaupt runterladen können. Ja, ne, da ist mir zu umständlich. Erwender, Erdwender-Axen. Ja, das klingt doch schön. Ja, die habe ich noch rausgerutscht. Ja, ich werde ich noch vor Ende des Tages tot sein werden. Hey, warte. Suchanbar. Ja, nein. Ja, nein. Haupthand, Nebenhand, Stehne. Wohl, jetzt habe ich so eine Keule des Frostes und dann so eine geile... hauptmann rana erfahren dass weitere gruppen auf dem weg zu dem doch im wald ohne sie führt eine gruppe von kriegern an die den angriff abwehren sollen aber ohne weitere hilfe eine schwere entscheidung aber ihr müsst so feste oder an die docks hilft dran ein docks mit darsch an der feste was willst du docks oder feste weiß ich nicht wie lange haben wir denn jetzt überhaupt wir haben jetzt 36 minuten rechte feste docks docks beste beste docks ist der box na was bist du willst du lieb willst du zur feste oder willst du zu den docks ist das doch brille bitte nur ob du bist da doch die was aus ok feste das klingt so wollen ein docks jetzt habe ich da nicht ein los lasst uns kämpfen zeit für ein du 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 okay wir sind doch 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 los geht's du angeber ja komm ich hab schon 15 euro dafür bezahlt ja muss ich ja wenigstens ergeben doch sehr gefallen wir haben versucht uns zu ergeben aber sie wollten gar gar nicht wirklich nicht viele von uns wurden aufgeschlepst und ins wasser geworfen wir sind so bei einem typen der halb am sterben müssen was machen wir ziehen erstmal 49 gold ab ich habe das ich kann gar nicht mit dem reden da ist niemand was hast du damit der in gerue redet da mit der trussi da ja da hast du nicht zu ende geredet und hast einfach gesagt nachdem du die quest nachdem du die abgeschlossen hast kompletter hast du hast auch da hinten eine markierung oder sohn 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 an kam einst oder was nehmen wir so ein pfeil hier nehmen wir ein anderer pfeil ist auch gerade verschwunden jetzt ist er da warte mal ich wurde damals da bin ich ich bin nun voll die gute musik die brennt alles war naxie weiß er von mir was ist denn war naxie war naxie ja hier oben ist die komische tante wir haben auf-laufe halt noch mal zurück okay ich warte hier aber keine ahnung wo du lang geht aber genau da müsste es ungefähr sein Ich komme aber auch wieder zurück, damit wir zusammen machen können. Ich bin da irgendwann bei dir. Hau ich hinauf. Äh, rechts. Rechts. Hier, guck mal hier, links. Hafen. Sag mal, was machst du da mit deinem Tier? Reiten. Du haust deinem Tier auf den Arsch. Ja. Bar nichts, siehst du so? Naja. Ich war hier auf jeden Fall. Die ist nicht. Hier, die. Hier. Hier. Die. Hier, die Erbwender. Einfach anquatschen. Verdammt sei das Bündnis. Jetzt habe ich auch, ich habe nur angequatscht, da gab es aber nichts, nur lebt wohl, aber jetzt steht da helft Trainer an den Docks, oder helft da, die an der Festocke. Hier lang. Ach, diese Spiegel ist fertig. Komm mal. Ich habe gehört, von ein Vögelchen, dass Level 10 ja spannend sein soll. An einer, von einer seriösen Person, die nicht Jutra heißt. Nein, nein. Und nicht schon Charakter mit Level 10 hat. Nein. Weil sowas würden wir nie tun. Nein. Er würde eher nie tun. Siehst du, jetzt ja da hinten einen Typen liegen. Ja. Ja. Genau. Hast du Jut gemacht? Ja, erstmal Geld abgeknüpft, so. Ja. Hui. Bist du hier hoch, oder? Ja. Oh, ups. Jupp. Ja. Boah, ein bisschen feufeu. Türregel, öffnen. Ist einfach verschwunden. Äh. Hä? Okay. Ach so. Prostig. Geht hier weiter. Komm, lass flach, lass auf Flachkörper machen. Flachkörper? Bist du denn? Wo bist du denn da? Hier. Hier hinten. Okay. Los. Hast du einen Stein getroffen? Nee, aber ich bin... Ah. Ich hatte nicht so viel Anlauf. Hilfe. Komm hier nicht rüber. Doch, jetzt. Komm schon, spring runter, das Wasser ist schön. Herrlich. Ah, feucht-fröhlicher Badespaß. Jawohl. Da hast du schon einen Namen. Los geht's. Hüpf. Ich glaube, da springen wir zu groß. Alter, du krass, Alter. Wow. Sinnlos ist der Holz. Bidim, bidim, bidim. Juhu. Da hinten. Da geht's hoch. Hier, komm. Ah. 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 Das ist ein Scherz. Ich sag doch hier hinten. Wohin denn? Ja, hier hinten. Warte, wo bist du denn? Du bist da hinten. Ja. Für sinnlose Holzdinger hier sind ich. Ey, ich komm doch nicht drauf vor. Ja. Ich bin fast da. Ja, wo bist du denn? Ach da. Double kill. Ja, ich bin... Keine Sorge, ich bin gleich da. Ich stelle mir gerade so vor, dass bei dir so im Hinteren so voll die spannende Musik läuft bei mir. Na, 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 na. Guck dir vor die Action Musik. Bündnis Kavalier. Hat er abgang gemacht. Fittig. Ich erziele dir das Leben. Mein. Der hat mir wieder irgendwo Mist gegeben. Gib mir dein Leben. Okay, hier runter. Zack, zack. Da hat jemand Level ab. Wer hat ein Level ab? Du? Oder warum leuchtest du so hell? Ne, das ist von meiner Fähigkeit. Wieso? Da fährt so der Engelsgesang. Oh ja, easy, kniesy, ey. Kniesy nieder, immer wieder. Zack. Guck mal, hier gibt's Helme, die du stehlen kannst und Schona und so. Oh, wo, wo, Helme? Hast du das? Hier, hier, hier. Euer Inventar ist voll. Eisendurch. Zerstören. Hast du's gerade geklaut? Nein. Warum glaub ich dir nicht? Weil du's geklaut hast. Das ist mein. Zweipon, nicht clown. Was? Will ich niemals zun. Rohlederhelm. Gestohlen. Ach, fällt nicht auf. Du seh grad keiner da, der das kontrolliert. Hände. Rohlederarmschienen. Die sind schlechter als das, was ich habe. Ah, jetzt kann ich meine Eisenhänze des Lebens anziehen. Guck mal, meine Eisenhänze des Lebens anziehen kann ich auch wieder für die besseren. Hörp. Kündig, das darf, kann nix. Bei mir war der Helm besser. Ja, der Helm und die Schuhe besser. Ne, bei mir war nur der Stiefe und Helm. Ich hatte schon einen geilen Stuff. Oh, guck mal, Trünnhild Erdwender. Wird gemacht. Ja. Ja, töten wir diesen Bastard. Wo bist du denn? Hey, ich falle dich. Ne, ich taue. Ne, ich taue. Und abfucking gibt es nicht. Warum willst du die Quest nicht machen? Hä? Hier ist auch eine Quest, dass ich hier, dass der Hauptmann getötet werden soll. Na, ich hab dich ja auch, ich hab dich gebratet. Du hast ja noch gelabert. Rang 5 bei mittlere Rüstung erreicht. Jo, es läuft. Hauptmann Rana, stirbst du? Der Kommandant dieses Schiffes ist derjenige, der das Massaker auf Ödfelds anordnen wird. Dieses Schiff wird sein Grab werden. Okay, ich folge dir. Hopp, los. Gib Gas. King Casimir Stolz. König, nicht King. Wow. Geschafft. Wow. Also das ist wirklich das Negative an so einem MMORPG. Wir hatten nichts von Katzen. Nur eine Katze. Töten. 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 Sie ist mächtiger als alles, was wir jenen Gegend... Alles, was wir jenen Gegend... Sie ist unverwundet. ...gestanden haben. Oh mein Gott. Ach, sie... Sie guckt mich an. Oh mein Gott. Oh, mein König. Mein König. Wir sind eurer unwürdig. Begebt mir. Wie sie guckt. Es ist schrecklich, was ich getan habe. Okay. Warte, ich bin noch nicht so weit. Äh. Nein. Laptop Neustart in 6 Minuten 20 Sekunden. Nein. Gut Leute, damit beenden wir die heutige Folge. Das war schön mit euch. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Die 6 Minuten schaffen wir bis zu einem dramatischen Absturz. Gibt es irgendwo Wein als Schnellaktion? Aufgrund der kleinen zukünftigen Trennung, die gleich passieren wird. Weil gleich... Gleich wird er von diesem... Sprachchat getrennt sein. Ähm. Aktionen. Ähm. Ähm. Weil wir... Abschied. Abschied! Lebt wohl. Warte, wo hast du das her? Soziales? Ja. Aktionen. Jetzt Lightchat. Zuweisen. Lightchat. Äh. Abschied, ja. Gibt es noch irgendwie was mit weinen? Äh. Wenn ich sicher... Äh... Wir haben nicht mehr viel Zeit. Komm schon. Muss doch irgendwo Wein geben. Angegen die mir enttäuscht. Deprimiert. Deprimiert! Das passt auch noch. Ähm. Erschüttert. Weinen! Ah, da haben wir's. Nein! Nein! Vier Minuten. Nein! Das können wir jetzt keine Frage machen. Zur Information, Leute, das kommt von mir, wenn mein Laptop sich verabschiedet hat. Was kommt von dir? Achso. Das Tod stellen. Achso. Wollen wir noch ein Stückchen gehen? Gleich. Na ja, gut, komm. Laufen wir noch ein Stück. Gemütlich. Es war schön mit dir. Erstmal die Waffe reinstecken. Ich werde es ewig in Erinnerung behalten. Ich will nicht darüber reden. Okay. Ey, du hast die Stimmung kaputt gemacht, du Pisser. Immer noch vier Minuten. Nein. Nein. Das ist irgendwie ein Schreck. Hallo. Seid gegrüßt. Hab dich schon mal einen wandelnden Toten gesehen. Dankeschön. 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 Hab doch mal... Hat ich bei dir gerade auch geklatscht? Nein. Ich glaub nicht. Ey, warte, jubelst du. Blöde Kuh. Hey. Hey. Ich hätte ihn angreifen sollen. Lasst A2. Ich komme zu Hilfe. Wache. 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 Wenn nicht passiert. Ich glaube, da ist ein Wache. Der stirbt auf zwei Art und Weise. Wegschreien. Geil. Ist das auch gut? Nein, ich habe es übernimmt. Ich bin gepflückt. Ja, komm mal schnell her. Das ist echt deprimierend. Warte, ich komme zu dir. Nee, wir haben nur noch 2 Minuten 30. Ich bin im Wasser. Ja, komm hoch da. Ich versuch's. Es ist alles so schlimm, weißt du? Mein Laptop startet sich neu. Ich werde sterben. Und zu allem Übel werde ich auch noch ausgeraubt. Warum ist denn da eine Kiste? Weil ich gerade den Knacken. Wenigstens hat sie dir in Dietrichthal gelassen. Ja, immerhin. Jawohl, da war ein Stiefel drin. Da habe ich wenigstens schon mal keine alten Füße mehr. Alter, das ist ein bisschen scheiß. Jetzt mal wieder anziehen hier. Füße. Was habe ich denn hier gekriegt, Dieter? Du siehst aus wie so ein Call Warrior, Alter. Komm, ich ziehe das aus. Ich ziehe das aus. Wie lange hast du noch? Nicht mehr lange. Eine Minute 23. Okay. Die Stiefel musst du aber anlassen, Mann. Dann will ich ja den gestiefelten Kater, Alter. Ja, Mann. Wenn du schon die Katze vererst. Wo wäre ein öffentlich erscheinende Baden? Warte mal, ist denn eine Brust in der Haare oder hast du da nur Narben? Was sind Narben? Ja, das sind Narben. Ich sage schon, du hast mega die Baharo, Alter. Mega eine Pelz auf der Brust. Ja, wir haben schon viel. Hör auf zu lachen. Noch nie einen Kerl in Slip gesehen. Hilfe, 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 die ausgeraubt werden. Tschüss. 31. Ich bin gestorben. Boah. Ich bin in der Unterfasse gestorben. Komm, 17 Sekunden. Ich habe mein Handy geklaut. Ach so, alle gestorbenen Sachen wurden weggenommen. Ja. Ach, siehst du mal, wie viel bei mir er klaut war, ey. Und? Okay. Dann sind wir mal deprimiert. Ja, Leute. Er ist entkommen. Er ist gegangen. Das war's erstmal für heute. Ich finde, das war ein sehr traurig, lustiges Ende. Und da muss ich mich alleine heute verabschieden. Es wäre, Pauchen fliegt nochmal für die Zuschauer auf die Fresse. Das war schön. Dafür verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns an der nächsten Folge, die dann wieder morgen ist. Haut rein, Leute. Ciao. Und von Pauchen hier noch. Tschüss. Ich bin behindert.